Ah, ich hab nen Headshot. Bin am Boden. Ich hab ihn, einen hab ich. Da muss noch ein zweiter sein mit dem Zielfernrohr. Er rennt hier lang. Da sind drei. Ah, drei sogar. Ja. Ah, ein Hit. Drei sind tot. Dann ist noch einer, der ist weiter links. Ja, der war hier, der war hier irgendwo. Genau. Dann hab ich nen Hit angepasst. Das war der mit nem Totenkopf, ne? Hm. Er müsste irgendwo hier sein. Ja, da läuft er. Du musst mich verbinden. Ich hab ihn einmal getroffen. Wo ist er denn? Hier unten. Ah, ich komm nicht. Jetzt seh ich ihn nicht mehr. Da im Waldstück ist er. Ich hab ihn nochmal getroffen. Ja, hab ihn. Ah, sehr geil. So. Oh, Mensch. Das ist ja ein Leben, was. Ich leg mich hier so ins Gras. Ihr seid am Arbeiten. So muss das sein. Wollts dann fragen, ob ich dir vielleicht ein Zelt und Kuchen Kaffee holen soll. Ja, genau. Oh, der hat auch ne schöne Mosin Nagant. Picknick machen. Habt ihr den mit dem Hut erwischt? Ich habe keinen erwischt, leider. Okay, dann ist noch einer mit nem Hut unterwegs. Mit so nem Zylinder. Hä? Auch komplett in schwarz gekleidet. Aber du hast ja gesagt, du hast zwei erwischt, oder? Ja, jetzt. Aber vorhin, ähm, der ist abgehauen. Der war... Irgendwo in die Richtung gelaufen. Also müsste der wahrscheinlich noch hier irgendwo sein. Ich guck mal, wenn ich den hier loote, ob ich gleich erschossen werde. Warte mal. Nee. Ich muss den einmal looten, weil ich brauch... äh... Kann ich nicht mehr. Hast du den anderen gelootet? Ja... Ja, ja, der konnte ich auch nicht. Ah, okay. Haben wir dir alles weggelootet, ja? Weiß schon. Ah, hier liegt er doch. Echt? Ja. Ach, stimmt. Den hat ja der andere erschossen. Richtig, das hat der... der, der auch Sven erschossen hat, hat den hier erschossen. Ah. Boah, der hat ja eine richtig geile... Die nehm ich. Oder willst du die haben? Ne, nimm ruhig. Nimm nur, nimm nur. Ja. Ja, ich bin froh, dass ich hier mit meiner einigermaßen klarkomme. Was hat der denn? Ah, Mosin. Okay. Ja, und zwar Heckenschütze. Okay. Das ist wohl das Teil. Oh, dann nehm ich mir mal deine Waffe, ne? Ja, die ist auch nice. Ich mag die. So. Dann... Kommen wir weiter. Erstmal schön ausgeraubt, das war gut. Das sind aber auch so Hunde, hm? Immer dann, wenn du auf Hunde einschlägst oder sowas, kommen die da von der Seite her. Ja. Das stimmt allerdings. Oh, ne scheiß Mutti. Habe ich, habe ich dich getroffen? Nein. Ah, okay. Gibt's da nicht? Da ist ein Happy Meal. Okay, dann werde ich mir mal Spritze geben und dann... Und hier ist ein, äh, wie heißt es? Ein Perk. Entschlossenheit. Was macht denn Entschlossenheit? Wenn du willst, wenn kannst du... Das weiß jetzt alle auch nicht. Ja? Okay. Zack. Ach so. Der Ausdauer beginnt früher sich zu regenerieren. Willst du keinen, Patrick? Äh, kannst du gerne nehmen. Okay. Ach Mist. Ja, hier ist Munition. Hier ist Geld. Braucht noch jemand Munition, sonst nehme ich mehr. Kannst ruhig nehmen. Ja, ich habe einmal schon... Ich habe schon einmal reingeführt. Okay. Äh, gehen wir losen, oder? Jo, können wir machen. Oh, Hunde... Ja, im Gras sind die echt scheiße, hier in diesem komischen Weizenfeld. Oh. So, was macht denn die andere Torfeder? Ach, die sind immer noch am Kämpfen da, oder was? Hm. Hm. Oh, noch mehr Hunde. Der hier Hundeshausen. Schnell weg. Oh, oh. Schauen wir mal. Haben wir hier einen Hemmer? Einer. Ich esse auch ein Happy Meal. Oh, oh. Schauen wir mal. So, aufgedeckt. Ah, da oben. Wurde er auch von uns geschossen, oder? Nein, das ist nur Ablenkung. Ah, alles klar. Ich habe das an den Dicken geheftet. Ich finde das witzig. Ja, auf jeden Fall. Nur schöner, wenn er sich zu Tode erschrecken würde. Ja. Aber ist witzig, dann rennt er rum und schießt halt die ganze Zeit. Ja. Schweine im Weltall. Ah, hier liegt noch Geld. Je ganze 4 Dollar. Ui. Ist weiß. Oh. Also ich muss leider Munition reingreifen, ne? Ja. Patrick, kannst du auch zugreifen, also falls du noch brauchst. Du hast ja Munition. Ja. Ist hier. Okay. So. Oh, hier gibt es schöne Fässer. Ja, ich mach mal kurz. Hm, ich mach mal das. Hm, ich mach mal das. Nein, so einen, so einen Hammer. Hier gibt es noch mehr Munition. Zack. Oh, ich denk mal, wir werden jetzt eh alleine sein auf der Merck. Hm. Ah, super. Schau mal mal, was machen die denn da unten? Oh, die kommen aber nach oben raus, so wie es aussieht. So, ich schau mal rein, ob ich da einen Hammer oder sowas drinnen finde. Hm. Hier ist ein Hammer. Ah. Ich werd mir mal... Eine Giftspritze hab ich schon. Ich werd trotzdem noch mal eine Giftspritze werfen. Äh, Giftbombe. Genau, ich werd jetzt Giftspritzen. Genau. Schön ins Auge damit. Wenn der mit dem Hammer ein paar kriegt, der ist schon heftig, ne? Ja. Mag er gar nicht. Oh, Gift. Ich lege es. Bevor die Tür gleich mal ne Stacheldrahtfalle gelegt. Sehr gut. Oh, er brennt schön weg. Ja. Weder ins Feuer oder in den grünen Wackelpudding. Irgendwo läuft der mal rein, ne? Ja. Alter, der weiß keiner wohin, ne? Ja. Als hätte man ne Katze so, äh, was an den Schwanz drangebunden. Ja. Dosen oder sowas. Gleich ist er hinüber. Ja. Nur einmal hier durchlaufen. Siehst du und vor unseren Füßen. Ja. Warte mal, darf ich mal was probieren? Ja. Ihr bleibt ja eh hier beim Boss. Ich werd mir die Typen mal holen, beim Ausgang. Ja. Und wenn ich sterbe, könnt ihr mich ja eh nachher aufheben. Genau, äh, pass bloß auf wegen den Fässern jetzt, ne? Wenn du rausrennst. Ja. So, ich mach hier hinten nochmal dicht. Einfach mal riskieren. Schauen wir mal. Mhm. Bist du neuer Stacheldraht, äh, Falle? Jo. Zwei sogar. Kannst du hier mal eine vormachen, weil das ist nur eine Fall für Falle. Moment, oder die kommt zu euch, Kalle, seh ich, ne? Ja. Ja, das kann sein. Das ist doch auch schön. Hier oben gibt's auch Muni. Dann warte ich mal ein bisschen. Jo, hier an der Treppe. Ah, ich hab nix mehr. Hier ist noch ne Leiter. Ja, ich hab auch nix mehr zum... Oh. Oh, wer ist denn da reingelaufen? Ich. Ah, okay. Ich mach da mal ne... Die hat man überhaupt nicht gesehen. Die ist ja komplett hier schön versteckt drin, ne? Mhm. Ich sage ja immer, dann funktionieren sie. Definitiv. Gucken wir ja irgendwo noch ne... Beerenfalle oder so, aber ich hab keine gesehen. Das wär cool. Ne, ich hatte auch keine gesehen. Vielleicht draußen höchstens. Nein. Das ist ja... Wo ist denn jetzt hier die Leiter? Ah, hier. Ich geh da mal hoch. Vielleicht gibt's da schöne Beeren... Ja, hier gibt's ne Beerenfalle. Du ahnst es nicht. Ui. Wie geht's zu unserem Außenposten? Alles gut? Da war ich schon. Ah, die sind neben euch. Ah, ich seh sie. Hä? Naja, die kommt zu euch. Ich versuch's jetzt umlaufen. Äh, ein Dreier oder Zweier Team? Ich hab jetzt nur zwei gesehen. Ich hab jetzt nur zwei gesehen. Oh. Die sind schon fast da. Ah. Oh, die sind da. Ich seh einen unten. Oh. Cabin? Ja, geil. Schon auf dem Compound oder nach draußen? Äh, auf dem Compound. Das ist aber auch eine andere Gruppe noch, glaube ich. Die, die mit den Trophäen laufen ja scheinbar vorbei. Äh, zwei Stück seh ich. Ja. Einer ist da. Ich hoffe ja mal, dass ich den durch das Tor erwischen kann. Ich hoffe, der hat sich selber geblendet. Äh, lass unsere Fässer heilen. Ah, oben auf dem Dach. Ah, na komm wieder zurück, mein Freund. Hab einen. Ah, super. Der war auf dem Dach oben. Cabin? Der hat so... Ist noch einer da? Äh, der hier hat eine schöne Trophäe bei sich. Ne, ist keiner mehr da. Oh. Dann sind beide Trophäen sind da tot, ja. Krass. Dann kannst du dir auch eine krallen. Ja, ich komm. Ah ja, das ist Fässer. Sehr gut. Die sind auch einfach, haben uns die Trophäen mitgebracht. Ja, find ich nett von denen. Vorsicht, Vorsicht. Ah, da stürmt eine Falle. Ja, ja, ich voll krasser. Ich wollte die gerade entschärfen. Komm mal raus, da sind keine Fallen mehr. Ja, genau. Oh, noch einer. Ey, da oben ist eine Kasse. Ich komm mal mit nach oben. Aha. Jetzt gehen wir mal die Trophäe oben holen. Ab. Oh, da liegt der auch. Hattest du geschossen? Ja, ja. Na ja. Alter, das ist voll verwirrend hier. Ich glaube, es ist keiner mehr auf dem Map. Nee. Oh, super. Ja. Oh, hab ich eine schöne Mosin gekriegt. Ich bin begeistert. Wow. Das nenne ich doch mal eine schöne Runde. Die war super, ja. Die eine Gruppe ausgelöscht, die andere bringen uns die Trophäen noch. Ja. Ja. Voll freiwillig. Da würde ich mich so ärgern, ey, wenn ich einen Endgegner platt gemacht habe. Und renne da noch eine andere Gruppe hinterher, weil ich zu gierig bin und krieg dann auf die Schnauze. Ja. Das ist aber schon ein bisschen gierig, was die jetzt gemacht haben. Ja. Oh, hinten sind Krähen hochgeschlagen. Ja, jetzt kann... Ist aber keiner. Ist von uns. Ah, okay. Ah, hier ist auch Kohle. Ja, hier ist überhaupt niemand mehr auf dem Map. Das ist hier noch eine Lampe, Junge. Hier gibt es auch noch Munition. Ah. Und wie findest du die Windfield mit dem Zielfernrohr? Ja. Ich finde ihn nicht schlecht. Bam. Ja, hoch. Das scheint ein bisschen gewöhnungsbedürftig am Anfang, ne? Ja, ich glaub irgendwie, ich hab mit dem Maus ein bisschen zu schnell, weil mit dem Hacken schützen. Hm. Ja, ich hatte mir auch neulich so ein Tutorial angeguckt, äh, dass ich auch die Mausbeschleunigung in Windows ausstelle und, äh, dann Anti-Aliasing ausstelle, damit ich dann, ähm, ja, die Gegner auch besser sehe. Mhm. Oh, das hat sich ja wieder gelohnt. Ja, find ich auch. Das war ne nice Runde, ey. Ist auch cool, wie du die da oben weggeschossen hast. Attila hat noch aus dem Fenster einen gleich platt gemacht. Ja, sogar zwei. Zwei sogar. Da war es doch ne Dreiergruppe. Ja, aber irgendwie waren es, glaub ich, waren es noch zwei Gruppen und ein Einzelner, oder so. Das kann sein, dass sie nicht zusammen gehört haben, das weiß ich nicht. Er wollte ja die, die, die Bounty gleich aufgehoben hatte, ne? Mhm. Ja, fünf Jäger getötet. Ja. Nein, nein, alleine war's nicht. Krass. Ja, Wahnsinn, du hast vier Stück gekillt, ich hab nur einen geholt. Wahnsinn. Alter, du hast da einen vierten Stern bekommen, Fragment. Wo sieht man denn das so viele...